Das deutsche Plusquamperfekt entspricht im Englischen dem Past Perfect. In diesem Video zeigen wir dir, wie du das Past Perfect bildest und verwendest. Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Schauen wir uns also im ersten Schritt die Bildung der Zeitform an. Das Past Perfect ist dem Present Perfect sehr ähnlich. Auch hierfür brauchst du das Hilfsverb to have und das Past Participle. Im Gegensatz zum Present Perfect benutzt du hier aber die Vergangenheitsform von to have, also had. Wie du sicher schon weißt, setzt sich das Past Participle bei regelmäßigen Verben aus dem Infinitiv und der Endung ed zusammen. Noch wichtiger ist aber die richtige Verwendung. Schauen wir uns im zweiten Schritt deshalb die verschiedenen Verwendungsarten des Past Perfect an. Du benutzt das Past Perfect in der Regel zusammen mit dem Simple Past. Denn so kannst du ganz leicht ausdrücken, dass es um eine Handlung geht, die schon weiter in der Vergangenheit zurückliegt als eine andere. Das zeigt sich gut an folgendem Beispiel. When Toby came to pick her up, Lucy had already gone home alone. Am Simple Past im ersten Teil des Satzes wird deutlich, dass eine vergangene Handlung gemeint ist. Durch das Past Perfect im zweiten Teil wird dann klar, dass diese Handlung noch vor der anderen stattgefunden hat. Als Toby kam, um Lucy abzuholen, war sie also schon längst alleine nach Hause gegangen. In Verbindung mit dem Simple Past kannst du außerdem ausdrücken, dass ein Zustand bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit angedauert hat. So wie in diesem Satz. Zuletzt kannst du mit dem Past Perfect auch über unerfüllte Wünsche und Hoffnungen sprechen. Das erkennst du gut an diesen beiden Sätzen. Durch das Past Perfect machst du hier deutlich, dass genau diese Dinge nicht geschehen sind. Signalwörter helfen dir häufig dabei, die richtige Zeitform für einen Satz auszuwählen. Zum Beispiel können After, Once oder When ein Hinweis darauf sein, dass du das Past Perfect verwenden musst. Voraussetzung dafür ist aber, dass sie sich auf die Vergangenheit beziehen. Sieh dir den Unterschied in den nächsten zwei Beispielsätzen an. Once I finish my final test, I am going to celebrate. Hier wird zwar das Signalwort once verwendet, doch der Satz stellt einen deutlichen Bezug zur Zukunft her. Anders ist es im zweiten Satz. Once I had finished my final test, I celebrated. Hier geht es eindeutig um Ereignisse in der Vergangenheit und Vorvergangenheit, die das Past Perfect erfordern. Achte also nicht nur auf Signalwörter, sondern auch auf den Zusammenhang. Bei regelmäßigen Verben gelten im Past Perfect dieselben Besonderheiten wie auch im Simple Past oder im Present Perfect. Die vier häufigsten Besonderheiten schauen wir uns in diesem Schritt an. Verben, die auf ein E enden, bekommen im Past Participle kein zusätzliches E angefügt, sondern nur ein D. Einzelne Konsonanten am Ende eines Verbs werden im Past Perfect in der Regel verdoppelt. Bei Verben, die auf einen Konsonanten und Y enden, wird daraus im Past Participle ein I. Die Endung solcher Verben im Past Perfect lautet dann also I-E-D. Natürlich kannst du auch mit dem Past Perfect im täglichen Sprachgebrauch Kurzformen bilden. Dafür kürzt du einfach das Hilfsverb had. So wird aus I had heard die Kurzform I'd heard und aus she had gone, she'd gone. Auch die Bildung von Fragen verläuft im Past Perfect ganz ähnlich wie im Present Perfect. Durch eine Veränderung der Satzstruktur machst du aus einem Aussagesatz leicht eine Frage. Bei Verneinungen ist die Bildung ebenfalls sehr gleichmäßig. Für verneinte Sätze brauchst du lediglich das Wort Not. Das schiebst du vor dem Past Participle ein und bildest so schnell einen verneinten Satz. Im täglichen Sprachgebrauch bietet sich auch hier oft eine verkürzte Version an. Wunderbar! Jetzt weißt du genau über das Past Perfect Bescheid. Zumindest fast. Denn zum Past Perfect gehört auch das Past Perfect Progressive. Was es damit auf sich hat, erfährst du in diesem Video. Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.